Bikurikur. Ist nicht alles so viel einfacher gerade. Hallo? Here we go. Morgen, ihr schlacker Bälle. Neues Büro. Ist das nicht schön? Genau wie damals, bevor alle so sensibel geworden sind. Kriegst Sozialhilfe, hängst nur rum und lädt von meinem Kühlschrasch. Weiß! Das ist mein neues Single-Leben. Blaue Pille oder rote Pille. Krieg ich nicht eine davon raus aus dieser Dystopie und zurück in die Realität? Bleib cool, Mann. Ist beides nur Ecstasy. Deine Schwester zerstört den Park und dein Bruder zieht statt meiner bei dir ein. Warum seid ihr nur so eine schräge Familie? Hallo, meine lieben Kinder. Du hast am gleichen Tag Mutter, Barbys Mutter und Ludwigs Mutter kondomlos miteinander betrogen, um halbe Drilling in die Welt zu setzen. Ein dreifaches Hurra auf den besten Vater der Welt. Ich werde von der Gleichstellungsbeauftragten belästigt. Es gibt nur eins, was wir tun können. Jetzt! Kaviar fürs ganze Volk! Kann ich auch was haben? Verpiss dich, Alter. Wer von euch wird mich begleiten? Ich will helfen. Also, nur wenn ihr Hilfe braucht. Und ich muss vorher pinkeln. Wie von euchurn die Arege mitlinkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017